Ich glaube ich bin gerade auf einen Knopf gekommen und darum ist das vorherige Video ausgegangen. Ich warte jetzt auf meinen Bruder, wir haben auf die zwei abgemacht. Die Spatzen sind jetzt schon weg. Der Älter ist da. Sie will gewohnt, dass siehst. Hier sind noch zwei Möbel. 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 Hier sind noch zwei Tauben. Hier bin ich gerade in Haaren. Ich glaube ich muss noch eine halbe Stunde warten. Hier sind noch zwei Möbel. Ich will einen Fluss machen. Ein Fluss? Wie ist das? Kann man das ein Bach nennen? Ich glaube es ist ein Bach. Ich schaue mal ob es da vorne ein Bänkchen hat oder ist da ein Kinderspielplatz. Ich glaube es ist da. Hier oben ist ein Tauben. Das sind gleich noch drei Tauben. Das habe ich mir eigentlich schon gezeigt. Ich glaube im vorherigen Video habe ich mir nicht gezeigt. Da fallen ich glaube gerade die Blätter ab. Die Hagen daily die die D Mississippi sind Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020